Sie starten heute das Mentoring-Programm für weibliche Führungskräfte. Was soll mit dem Programm erreicht werden? Wir haben uns im Koalitionsvertrag vorgenommen, den Anteil weiblicher Führungskräfte auf 40% zu erhöhen. Das wird sicherlich nur langfristig möglich sein, aber das Ziel steht ganz eindeutig. Denn wir brauchen die Kompetenz von Frauen in den führenden Funktionen der Landesverwaltung, weil wir wissen, dass gemischte Teams einfach erfolgreicher sind. Das zeigen auch Ergebnisse in der Wirtschaft, unter anderem auch in der Daimler AG. Deswegen haben wir auch im Bundesrat dafür votiert, dass in den Aufsichtsräten der DAX-Unternehmen ebenfalls langfristig ein gewisser Frauenanteil berücksichtigt werden muss. Wir glauben, dass es notwendig ist, in diesen wichtigen Unternehmen, die als Leitunternehmen in unserer Volkswirtschaft tätig sind, entsprechend auch die Frauenkompetenz vertreten sein muss. Das soll auch ein Signal sein für unsere gesamte Gesellschaft, dass Frauen eine Chance brauchen, um vorn mitarbeiten und mitregieren zu können. Wie soll das Mentoring-Programm im Detail funktionieren? Wir haben viele Frauen, die sich weiterqualifizieren und weiterentwickeln wollen. Sie brauchen allerdings Unterstützung. Und diese wollen wir geben. Wir haben Mentorinnen und Mentoren gewonnen, die sich darauf einlassen, ein Jahr lang die Frauen zu begleiten und mit Lehrgängen, aber auch mit Qualifizierungsangeboten zu versehen. Es geht darum, dass wir auch Techniken erlernen, wenn es darum geht, sich in Bewerbungsaktivitäten einzubringen und sich zu präsentieren. Ich glaube jedenfalls, dass wir es schaffen werden, in absehbarer Zeit zu deutlich mehr Frauen in Führungsfunktionen zu kommen, als das bisher der Fall ist. Wir haben jedenfalls die Weichen richtig gestellt. Wie begegnen Sie der Kritik an der Festlegung von Frauenquoten? Ich glaube, dass man erstmal klarmachen muss, dass es nicht um Quoten geht, die überall Eingang finden sollen, sondern dass es um Zeichen in der Gesellschaft geht. Es geht nicht darum, dass man in den kleinen und mittelständischen Unternehmen vorschreibt, wer auf welche Position gehört und wer eingestellt werden muss. Es geht darum, dass ähnlich wie im öffentlichen Dienst in den DAX-Unternehmen, in den Aufsichtsräten mehr Frauen die Entscheidungen mittreffen und damit die Kompetenzen für unsere Gesellschaft gewonnen werden. Genau darum haben wir im Bundesrat entsprechend abgestimmt, um dieses Zeichen zu geben. Und ich glaube, es wird in den nächsten Jahren Wirkung entfalten. Vielen Dank.